Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici Himmelsbotschaft am 8. Oktober 2017 Heute treffen wir klare Entscheidungen. Heute werden wir Klarheit bekommen über eine bestimmte Situation. Heute sollten wir unsere Meinung klar und deutlich ausdrücken, das Vertreten. Es kommen natürlich Zweifel oder Unsicherheit und wir sollten diesen Gefühlen überwinden. Bei vielen Menschen betrifft es die Liebe Partnerschaft. Sie haben Wünsche, Sehnsüchte, Träume und sie sollten diesen Gefühlen auch bewusst wahrnehmen und ernst nehmen. Und die Liebe Partnerschaft in Ordnung zu bringen. Und hier ist auch wichtig, klare Entscheidungen treffen. Und wichtig ist, auf die Herz hören, weil das ist die beste Ratgeber momentan. Und das war meine heutige Himmelsbotschaft. Möchten Sie gerne wissen, Ihre persönliche Himmelsbotschaft. In welchem Augenblick, auf welchen Einfluss stehen Sie persönlich? Sie können gerne als Blitzberatung buchen. Wie funktioniert eine Blitzberatung per E-Mail? Meine E-Mail-Adresse ist blitzberatung. Bitte dazu schreiben, meine persönliche Himmelsbotschaft. Und eine Himmelsbotschaft werde ich vermitteln, natürlich persönlich blitzschnell. Mein Honorar beträgt pro Botschaft 10 Euro. Und ein guter Rat ist immer Gold wert. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich blitzschnell. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Ich bedanke mich für das Zuschauen.